Ja, hier ist doch Servus, zurück auf Bosa und wie gesagt, willkommen zu einem neuen Video, und zwar kommen wir zu den Best of von den ganzen Summer Heat Picks, die ich gemacht habe, von den 81 Plus Picks und dessen weiter. Wie gesagt, ich habe die nebenbei aufgenommen, manchmal habe ich nur auf der Playstation aufgenommen, deswegen hatte da kein Ton, ist aber auch nicht so schlimm, waren zwar geile Kracher dabei, manchmal habe ich auch hier noch über OBS aufgenommen, da seht ihr auf jeden Fall noch, oder habt ihr auch meine Facecam dazu. Also es ist sehr, sehr geil geworden, schaut es euch sehr gerne an, lasst Liebe da, lasst sehr gerne ein Like da, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Regas, ok, kommen wir wenigstens noch um ein High-Wated von mir aus. Ja, ok, ist ok. So, zwei Mann haben wir noch die zwei. Toti Ramos, let's go. Morgen, Master. Jetzt kommen die Toti's. Und Lukas Mura... ...Football-Sanjaman. Und... ...Brennen wir eigentlich beides nix. Oder Mote, ich hab' ich aber schon... Boah... 2... 3... Let's go. 1... 2... 2... 1... 3... so... 3... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja so das war's von diesem video lasst ja gerne ein leichter ab und jetzt kann die wird ja noch um nix und müssen wie gesagt in der zeit wo jetzt hier fifa grad nicht mehr so und feier ist zocken wir f1 deswegen nicht und das einsteigen kommen ich versuche mal wieder fußball channel aufzunehmen wenn ich irgendwer hat mal gucken mal wird auf jeden fall spontan und ja dann würde ich sagen was das hier an der stelle wie gesagt fifa für mich da und deswegen zocken wir einfach einsetzt also spinn paar karrieren wie gesagt die zeit aus fahren sobald fifa 22 dann da ist zocken wir wieder hauptsächlich fifa aber ihr feiert trotzdem live ein stream deswegen hat danke kurz geht raus aber ich verzeihe ich bin raus macht's gut heute rein und und